Und herzlich willkommen zu Folge 119. So, ich habe mich ein bisschen ausgetobt, das Glas ist gleich fertig und habe mal nebenbei noch, wo das alles ein bisschen lief, ein bisschen unten in der Höhle rumgegrabbelt, das heißt ich habe ein bisschen Kohle rausgeholt, hier von diesem Quarzzeug, was so rausgekloppt ist, kloppt ganz gut, also mit dem Glück auf jeden Fall. Also, wir wollten jetzt mal noch ein paar Pipes herstellen und mit dem Glas wollten wir auch noch was herstellen. So, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Panels. Zack, zack. Das machen wir jetzt mal eben hier. So. Zwei Glas hier hin. Bam. Ah, ist wieder die ganze Tasche hier voll. Macht auch nichts. Wir müssen das ja sowieso hier alles irgendwie regeln. So. Große Dinger und noch mehr davon. Da brauchen wir nämlich einige. So, jetzt haben wir keine mehr. Jetzt brauchen wir wieder die Dinger hier. Äh, so, so, so. Und so. Ne. So, die Tanks, genau. Doch die in der Mitte waren richtig. Aber das noch nicht ganz. Dann haben wir davon erst wieder welche. Dann können wir hier weiterarbeiten mit. Machen wir mal die Zähne vielleicht in der Mitte. Machen wir mal die Zähne. So, zack. Zack. Nächsten. Jetzt haben wir schon wieder keinen Platz. Ach, Kea. Das ist ein bisschen nervig. Aber was machen wir nicht alles, damit es funktioniert. Da sind auch noch welche. Pum. Das können wir noch welche hier vielleicht machen. So. Das sind auch noch Tankpanels, ne? Jopp. Dankeschön. Mal gucken, wie viel wir da rausbekommen. Glaube ich vier Stück oder so. Und dann haben wir wieder ein paar davon. Jetzt können wir ein paar von den Dingern hier bauen. So. Das wird nicht viel sein. Da brauchen wir noch mehr von. Zwei Stück. Da kommen wir nicht mit aus. Da brauchen wir nämlich noch mehr. Aber bevor wir das tun, brauche ich jetzt erstmal noch ein paar Pipes. Da können wir nochmal 48 davon machen. Und ein paar Kobbeldinger. Ein paar Kobbele. So. Dann machen wir noch davon welche. Davon. Und davon. So. Einmal so. Und einmal so. Dann mache ich nur ein halbes Säcke Kobbel. Das sollte aber auch reichen. Done. Hoffentlich. So. Honig hatte ich schon mal irgendwie ein bisschen aufgegraben hier. Das muss ja auch nachher alles wieder in das ganze System, in die Barrels, alles reingekloppt werden. Jetzt haben wir noch 33 Stück. Da müssen wir nämlich auch den Strom abstellen dafür. Sonst läuft er ergiebig weiter. Das will ich ja nicht. Ne. Da sind 22. Da sind noch die restlichen 10. Danke. Und tun wir die Dichtung irgendwie auch reinschmeißen. Sollte schon klappen. So. Und dann machen wir das. Und das. Da können wir die nämlich auch parallel jetzt daneben legen. Zack. So. Einmal muss ja Wasser hier rein. Und einmal Lava. Genau. Lava produziere ich wohl oben und Wasser unten. Das heißt, hier ist ja sowieso das letzte Lava-Teil. Ah. Nicht ganz. Ist nein höher. Ne. Ist ein runter. Genauso. So. So. Und dann müssen wir hier die Pflastersteinpipes runterbauen. Gold kann ich da nicht für benutzen oder sowas anderes. Das ist natürlich schrecklich, aber das läuft da auch mit ganz gut. Das mal ein bisschen ausgetestet. So. Hier oben wird Lava produziert. Jetzt kommt was ganz Geiles. Jetzt müssen wir hier nämlich die ganzen Wege immer wo wir sind. Ne. Jetzt muss ich aufpassen. 63 ist Stein an der Pipes. 64 ist Pflaster an der Pipes. Wo ist er? Wupp. So. Das müssen wir jetzt überall machen. Bis wir ganz unten gekommen sind. Und dann kommen da, wo die Positionen sind, kommen dann Cobblestone hin. Und dann kann das nämlich auch laufen. Vielleicht fangen wir jetzt mal am besten jetzt eben unten an. Oder habe ich Cobblestone? Oh, Cobblestone habe ich dort direkt mit. Das ist auch gut. Müssen aber noch ein paar Stockwerke nach unten. Warum mache ich das denn nicht so? So nicht, aber so. Da müssen wir auch noch einen runter. Und hier müssen wir, glaube ich, auch noch einen runter. Genau. Und hier müssen wir einen. So. Hier wäre Wasser. Dann ist hier unten noch Cobblestone. Ach, noch Pflastersteine. Genau. Dann kommt das nämlich auf diese Seite hier raus. Dann wird hier nämlich Cobblestone gesetzt. Dann kommt hier der Liquid Manager an den Stellen. Und dann können wir jetzt jeweils, weil das ja von der grünen Seite ist, befüllen. Dazu müssen wir das aber hier irgendwie befüllen. Ich weiß noch nicht, wie ich das, ob ich das jetzt von der roten Seite befüllen kann. Dass das in den grünen Ringen geht, muss ich mal schauen. From the card, in the card. Ja, muss ich mal gucken, ob das so klappt. Ansonsten habe ich ja wirklich kleine Probleme. Oder kann ich das von unten befüllen? Ich weiß jetzt nicht, was unter dem Block ist. Ich glaube, das geht auch von unten. Dass wir alle Seiten grün machen und das dann so laufen lassen. So, dann können wir nämlich hier zumachen. Und das wäre dann so passend. So, hier. Ah, nee, da kommt jetzt ein Cobblestone hin. Und dann kommen die Pipes dann nämlich dran. Da. Nee, Gras, das brauchen wir. So, und jetzt geht's hier wieder hoch. Cobblestone. Stein. Oh. Habe ich das jetzt so unten richtig gemacht? Naja, so weit brauche ich gar nicht. Hier ist ja okay, so. So, und jetzt hier wieder Cobblestone. Deswegen geht gesagt, wie jetzt so immer weiter runter, bis wir dann eigentlich umangekommen sind und dann schon die Rohre befüllen können, so langsam. Ich werde erstmal das Wasserrohr befüllen und dann werden die anderen befüllt. Natürlich kann jetzt irgendwo gleich ein Weizenfeld auftauchen, wo wir das kaputt machen, aber das ist auch eigentlich relativ egal. Mir geht's darum, dass halt das Mindcut unterwegs immer befüllt wird und wir dann nicht mehr so den großen Kummer haben, dass das passiert, dass das mal ausfällt. Natürlich kann, so wie der Zufall es will, auch passieren, dass mal in beiden Tanks Lava reinkommt. Das werde ich dadurch aber verhindern, dass ich dann ab und zu mal doch durch vorbeischauen muss, dass es natürlich auch wieder läuft. Warte mal, hab ich jetzt grad die Pipe da richtig gesetzt. Ah, ist auch Furz, ja. Der kommt da sowieso irgendwann hin. Weiß jetzt nicht, wo er grad ist, da ist er. Der fährt sowieso grad nach unten, dann kann er auch damit weiterarbeiten. Und hier, glaub ich, ist auch nochmal, ne? Ah, wir sind noch nicht ganz oben. Äh, Steinpipe. Jetzt müssen wir oben sein, genau, und da kommt der letzte Nöp. Und hab ich. So, das wäre schon mal fast geschafft. Und jetzt kann ich, wie gesagt, schon mal Wasser reinfüllen lassen. Da können wir auch testen, dass das von unten geht. Da muss ich halt ein paar Hälte nach unten drunter ziehen. Das ist aber auch eigentlich egal. Moment, warte mal, das können wir auch von hier testen. Äh, komm mal her, bitte. Danke. Da die ja so aufgebaut werden, muss ich ja fast sagen, dass das ja so ist. So, genau. In grün. Wo gehst du jetzt rein? Hier geht das jetzt rein. Passt das denn jetzt, wenn er da rausnimmt? Es wäre ja möglich. Auf jeden Fall tut das reinpumpen. Jetzt machen wir das nochmal weg. Machen den nochmal weg hier. Setzen den da hin, sagen hier grün. Grün. Und dann machen wir nochmal ein Pipe dran. Mal gucken, was er jetzt befüllt. Okay, er befüllt auf jeden Fall die Seite. Und dann kann er einen grünen nämlich auch rausnehmen. Die werden wir sowieso alle auf grün sitzen. Das heißt, er wird dann sich mal schauen, wo er das herkriegt. Das Zeug. Man kann auch glaube ich gemeinsame Tanks machen oder so. All tanks are chafed by all sides. Each side has my own tank. Each color has my own tank tanks. Das ist glaube ich so. Besser ja gut, das funktioniert. Das ist schon mal super. Dann habe ich ja irgendwo noch so ein Schmuckstück. Was aber auch auf jeden Fall. Dann habe ich glaube ich noch so ein Aqueous Accumulator. Duxion Smelter. Ne. Dann werde ich den wohl da hinten rauskloppen müssen. Da komm mal her. Brauchst du sowieso nicht mehr. Du bist jetzt ersetzt. Dankeschön. Dann brauchen wir, weiß ich nicht, irgendwelche. Oh, Clean Stone ist eigentlich auch ganz gut. Clean Stone ist auch ganz gut. Und hier wird Wasser produziert. Also können wir das ja irgendwo in der Nähe machen. Das können wir vielleicht auch hier machen. Da ist Cobblestone. Ja, das ist auch egal. Oh, das tauschen wir mal hier. Da habe ich ja Cleanies extra. Dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt hier Wasser in den Ecken und das ist eigentlich ganz gut. So, da, 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 da. Und da, so, jetzt füllt der schon mal Wasser hier auf. Da machen wir die Steinpipes, ne? Ja, Steinpipes. Dann kann er Wasser reinfüllen. Und dann könnte ich schon mal ein, zwei von den Tanks damit befüllen. Nein. Der ist es auf jeden Fall nicht, aber der hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht kommt. Jetzt ist das grün. Genau. Each. Ne. All tanks are shaved by all sides. Das machen wir so mal. Dann können wir das nämlich von grün abholen und dann würde ich schon mal... Hey, den ersten könnt ihr auch was mit Lava wieder einsetzen. Oder bin ich hier einen drunter noch? Warte, ich bin noch einen hier drunter. Das ist doch prima. Grün by all sides. Dankeschön. Und da kommt er auch schon. So, jetzt fehlt dem kein Wasser, aber dem fehlt Lava. Natürlich hält er nicht an, weil er nichts hat. Das wird nämlich auch passieren, immer, dass wenn er zu wenig Lava hat, dass vielleicht der eine Tank mit Wasser befüllt wird. Da gibt es auch kein Mittel, das irgendwie abzugleichen, dass es funktioniert. Keine Ahnung, wie ich das machen kann. Muss ich mal schauen. Dann hole ich meine Lava-Kapseln hier noch. So, den einmal noch kurz befüllen und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Okay, es geht relativ fix hier alles. Da könnte ich sogar vielleicht noch einen Lava-Tank machen. Dafür müsst ihr aber in Hölle ein bisschen rumspielen. Na, guten Tag. Oh, du wirst mir gleich zu weit sein. So, wo kann der denn dann abwehren? Da. Komm her, ernten wir das eben kurz ab. Dankeschön. Und Wasser wirst du jetzt eigentlich erst mal genug haben, oder? Na, komm, 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 danke. Hier vorne musst du irgendwo abernten. Dann werde ich dich nochmal nehmen, deine Wasserzellen rausnehmen. Und dann brauchen wir diese komischen Pipes, beziehungsweise die komischen Schienen. Und die machen wir aber bei der nächsten Folge. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer FlashHooter IP und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank.